Hm, well, answer the phone. Spielt das ganze Spiel nur in der Kirche? Oder ist die Kirche nur das Tutorial? Wenn ich es nicht möglich hätte, würde ich es kopiieren, dann bitte gehörst du dich, Gott. Hehehehe. Der Staircase. Auch hier, oder? Hier sollte der doch irgendwo sein. Da. Uh. Amen. A red blueprint, oh Gott. Run. Ah. Ah. Charging Weapon. Hold the attack button to perform a charged attack. Amen. Uff. Ah. Sehr cool. Haben wir damit Ammo? Äh. Hier irgendwo soll ich damit. Äh. Mainhall. Ah. Okay. Ja, bitte. Orlov. Ratuj mnie. Co? Porobiło się. Nie ma czasu na wyjaśnienia. Nie ma czasu na wyjaśnienia. Nie ma czasu na ratowanie. Ech. Diabolina pojawiła się nieoczekiwanie. Kein untertitel. Tak. Właśnie Diabolina. Od tygodni żyliśmy w pokoju i dostatku, ale oczywiście musiała się zjawić i rozgonić imprezę. Namieszała ludziom w głowach, zerwała pakt o nieagresji i wypowiedziała wojnę. Ty i ja jesteśmy po tej samej stronie. Hm. Aber wir können nis uns denken. Właśnie to zrobić jak najszybciej. Pani, ale on dopiero co zabił barona. Właśnie dlatego. Zwerbuj naszych ludzi. Można ich spajerować tekstami o Jezusie i rusz mi na odsiecz. A ja. Muszę kończyć. Papież dzwoni. Hahaha. Wo siehst du 16 Schuss? Ach da, ja. Stimmt. Oh. Schlecht. Ich brauche also Muni. Hier gibt es doch sicher Muni. Ah. Damit gibt es... Irgendwas habe ich gekauft. Aber das werden wir noch sehen. Also. Prison Break. Gather a team for the fight. Let's go. Cool. Crucifixion. Aha. Da ist ein Kämpfer trio. Priest powers blessing. Christianists you use. This action against will follow you for a while. However, they will stop following you when distracted. Ah, ich muss sie genau anziehen. I feel the shit on this. Mhm. Okay. Ist doch super. Ey. Au. Lass das. Stirb Kartoffel. Geht doch. Ah. Wow. Ach, das ist die. Wunderbar. Munition gab es auch. Ja, ich habe nur Mätris. Hast du was verpasst? Talk to torpedo. Wir sind Priester geworden. Priester Orlok. Der Vampir in Polen. Unde. Ty się mnie pytaj, a ja Ciebie. Gdy zjechałem do Sundewill, już ponoszyła się jak Gist Bieroński. Dobra wyjebane. Oddawaj klątwę i gadaj ktorend do piekła. Nie potrafię czarować, kiedy poziom chrześcijanizmu jest niski. Ludzie muszą dawać się nabierać na moje sztuczki. Na tym polega wiara. Diabolinia skradła mi pracowników. Do czego zmierzasz? Przejdź do rzeczy, zanim oderwę Ci łeb. Oh Gott, sind das viele. Ja nie spowiadam ludzi, za bardzo mi ufają. Moją domeną jest prawda, a prawda i tajemnica spowiedzi mają konflikt interesów. Jep. Wahrscheinlich nur mehr driszt. Wow. Oh. Hm. Das ist nicht meine ex, sie ist die ex von der anderen. Oh man, look for the stolen codes of fashion from the campsites. Na dann! Kriegen wir auch Stealth hier hin, oder? Hab wen gehört? Hm. Also bitte, hier schaut's ja aus. Oh, das war's falsche. Hm. Wollte das Ding nicht segnen. Social Works. Als Vampir aus der Hölle muss man doch auch mal was Gutes tun. Hm. Hm. Komm ich da hoch? Ne. Wieso nicht? Vielleicht später. Oder von hier? Nein. Okay. Überredet. Oh. Hey. Ponk. Ponk. Haha. So schön. Exkommuniziert. Ponk. 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 Was ist das? Ah, der Code of Confession 1. Dann liegt der wahrscheinlich auch. Neuer Baseballschläger. Donk. Sehr schön. Das ist nix. Das. Donk. Wo ist der zweite Code of Confessions? Dunkel wie im Affenarsch hier drin. Hm. Ach Gott. Augen auf beim Eierkauf. Ja, der Glücksfund ist schon durch, Numetris. Der wurde vorhin voll gepusht. Da haben Barry und Onkelson nochmal dick reingebuttert und dann war das Ding voll. Der erste Tag hat auch noch was reingeschmissen. Ja. Go to the attic of the church. La la la. Wanted, not, no reward. Das bin ich. Social Works. Shatanists turns this village into a shitty shitfest of shit. All the walls are full of their bullshit. Such shame. Somebody. Sidequest. Ein Teleporter-Klo. Sieht auf jeden Fall so aus. Sie meinte gerade irgendwas von wegen. Sie sollen mich am Klo mit ergreifen. Also ja, die Jungs und Mädels bekommen einen Glücksfund morgen. Was dies denn sein wird? Tja. Aber ich hab da schon meine Idee. Ich hab da schon so meine Ideen. Prison Break. Watt, wer bist du denn? Du bist in der Kirche? Hoho, Kirche. Das bin ich. Ich muss sagen, die Menschen. Aber das ist nichts. Wir haben nicht desig. Wir können mein Haus verbrechen. Ich bin in der Kirche. Wo ist die Kirche? Warum diese Kombination, heretiker? Du willst zu schauen, wie ein Korpschor? Du hast eine Beyer-Fiction-Klückung. Die Beyer-Klückung ist bereits montiert. Du wirst die Klochen und selber machen sich selbst. Du wirst du das. Oh, man. Ja, nee. Was? Oh. Resource. You get resources by destroying objects, need to carry out the renovation process of the church. Wir renovieren die Kirche. Und wir haben genug. Nein, haben wir nicht. Okay, also müssen wir noch Sachen zerstören. Okay. Der hat hier sofort... Alter, ist der fix. Wollt hier gerade raus. Gut, also müssen wir noch ein bisschen Zeug zerstören. Dann gehen wir doch mal nach draußen. Papapapap. Ja. Ha. Kann halt alles zerkloppen hier. Muahahahaha. Oh, Banken geben viel. Was, wo? Na komm schon, hau das Ding zu. Klump. Wir brauchen 150. Scrap. Bompf. Oh, noch eine Bank. Donk. Donk. Im Namen des Herren. Hm. Oder so. Tschüt, 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 tschüt. Gib mir noch Zeugs. Gib mir noch Zeugs. Dass ich zerschlagen kann. Ah, das ist ja noch Gegenstände. Bam. Donk. Aha. Aha. Aha, hab ich gesagt. Ist das finster hier stellenweise. Hab doch getroffen. Genau ins Gesicht. Ich auch. Bonk. So. Das sieht doch gut aus. Gegenstände zum Zerhauen. Hey, bleib hier. Kommt der einfach so ab. Kann ich den zerschlagen? Nein. Okay. Das kann ich benutzen. Was darin kann ich benutzen? Ah, okay. Hey. Bonk. 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 Einer. Einer. Und wir haben wieder Petroleum. Ein Telefon. Ein Klo. Ich brauche noch was zum Zerhauen. Ich brauche noch was zum Zerhauen. Wo ist eigentlich die Kirche da hinten? Ja, das ist so ein bisschen... Für euch. Guck, guck. Verkehrt euch. Folget dem wahren Glauben des Orlok. Aber wir ziehen hier nicht wirklich Christentum als Vampir hoch, oder? Bonk. 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 Keiner. Weiter und... Bonk. Retter. Headshot. Ähm. Hm. Ich kann hier reingehen. Das ist auch cool. You don't have a key. Ich kann hier nicht reingehen. Das ist uncool. Boah, ich muss mal die Brightness hochschrauben. Weil ich denke mal, wenn das für mich schon relativ dunkel ist, seht ihr hier gar nichts. Ah, ich sehe was. Hier sind ja Sachen. Geht. Geht. Von Krug. Hm. Ach. Komm, die Badewanne kriege ich klein. Ha. Genau wie den Wasserkübel und die Mikrowelle. Mutter, da schwimmt unsere neue Mikrowalley. Honk. Honk. Wie ist denn auch klein? Jawohl. Haha. Ich bin der Zerstörer. Putz hier mal schnell. Ich bin hier nur zu putzen da. Da muss ich sie also hoch. Hopp, hopp, hopp. Hm. Ich lasse das mal. Eine neue Waffe. Brothers, get your pitchforks. Honk. Honk. Oh, ich hab ja schon genug. Sag mir das doch. Ähm, auf zur Kirche. Renovieren wir den Haufen da mal. Ich klinge einfach am linken Handschuh, ist auch so geil. Euer Retter ist da mit Waffen. Doch noch da, Krytos. Wolltest du dir das Elend doch noch anschauen? Ja, am rechten. Das sieht einfach zu cool aus. So einfach irgendein Kind für Karneval hat sich da Assassin's Creed Cosplay gebastelt. Hä? Äh, der Stil vom Spiel taugt mir wirklich voll. Renovieren. Da 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 da. Ah, das war's schon? Nein. Oh. Oh, eine Confession Booth. Gott. Ähm. Confess with a score of at least 60%. Was? Confessions sind ja ein Spiel. Warte mal. Ich muss mal was schauen. Das müsste doch eigentlich... Nein, okay. Geh mit der Heugabel in die Confession. Confess people as quickly as possible to replenish your concentration bar. Match synths to correct codes. You will be rewarded with PLN for correct answers. For high percentage... Ah, okay. Jo, dann mal Rinder. Genau das. Ähm, I think my father is an idiot. Äh, da 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 da. Honor thy father. Ma, my old man has been pissing me off. I won't forgive him. Honor your father. I wish you good health, father, because health is the most important things. Ähm, more important than enemy. Ähm. Jo. My wife, I guess I slander her. Was? Oh, okay. Verkackt. Nochmal. Ich kenn mich doch nicht aus. Oh, God. It's so boring. I wish my father would fall off the couch. We prayed all day, but I think I was the wrong God. Nope. I think my father is weird. Ha! 100%! We prayed all day, but I think it was to the wrong God. Oh, God. It's boring. We slept through the whole New Year's Eve. It was Mother's Day. Nope. Okay. We would die for our parents, but we won't worship them. Hmm. Us? Okay. I've been kneeling in front of my computer all day. That's it. I think we slander someone. Night? Okay. Strange entity. I would die for our parents, but I don't worship them. Bum, bum. I screamed Jesus' name for no reason. I played games on New Year's Eve. It was a Sunday. I wish you could help, Father, because I have the... Nein. Okay. My father pissed me off. Bum, 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 bum. Nein. Falsch. Richtig. Ah. Missed. I think we slander someone. Bum. I love God. My parents are boring, though. All gods are equal. I love my children, but I don't love my parents. I love my children above all else. My father pissed me off. We baptised our baby to some other god. My wife and I kissed and I slander her. Viel spas dir auch. Heh, 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 heh. Answer the phone. Ach, torpedo ist mal wieder dran, oder? Did I was? Chyba coś jest źle z zasięgiem. Znowu chcesz mi rozkazywać. Wenn ihr betrunken seid und einen Hangover habt, und einfach... Confess. Okay, auf zum Hideout. Der Schäten ist super bad. Okay, wo soll's sein? Lass mich raus. Mie, mie. Miu. Äh, da lang. Grüß euch. Grüß Gott. Hm, 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 wo? Oh, da. Fuck. Grüß euch. 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 Er ist also von der bösen Seite. Da ist sie! Krullowa Zouai, Vistempku. Sandeville. Vielleicht hat er den ersten Start gewonnen. Aber jetzt hat er eine stärkere Supermacht. Und selbst. Es ist glücklich, dass ich zurück in die Schuppe. Auf geht's. Ich will mein Bier. Toll. Habe ich zwar schon, aber okay. Nee, darf ich nichts machen. Destroy the Computer. Wer war doch dann hier? Hoppala. Moment, da sind Blueprints. Mehr Blueprints. Superbad. Check out the blue gauntlet. The hideout. Was denn? Da. Out the blue gauntlet in the hideout. Uschipnijcie mnie. Es ist ein Kavica Telekinesi. Ich konnte nicht mit ihr nutzen. Aber jetzt habe ich ein Kostüm, Zudatwurcy. Na hui, mit Klutsch. He he he. Habe ich den jetzt? Nein, habe ich nicht. Die schauen alle so aus, als hätte ich sie irgendeinem Kind abgenommen. Okay. Okay. Da war noch... Ich muss noch die Kreuze richten. Oh mein Gott, hier schaut's ja aus. Wie bei Teufels unterm Sofa. Ah. Ah. Yay. Nein, so rum schon. Äh, hier war noch eins. Nö, nö. Wir hängen da unten ein Kreuz hin. Gibt's hier neues? Nix. Bestbild. Gibt's noch was hier? Uh. Den Billardball nehmen? Na. Okay. Nein, den Stuhl kann ich nehmen. Du, 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 du. Okay. Raus. Da ist ihr. Ja. Short Circuit. Was soll ich da verursachen? Da oben. Da, 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 Zong. Wo ist es jetzt? Da unten. Okay. Oh, da ist er. Und da war. Spoiler. Nee, nee. Der Bus ist doch schon weg. You can deal damage by throwing stuff. Telekinesis. Okay. Lass mich mal hier raus. Guck, guck. Nein, das war falsch. Alter. Boss fight. Bunk. 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 Ein geschickter Gegner. Macht Platz. Pompf. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich muss zählen üben. Mist. Ach, Mann. Puh. Mäh. Nicht auf meine Sachen hauen, Mensch. Ha. Puh. Ja, Deadpool für Arme. Ja, das ist das. Hahahaha. Pierdolił mi, bo wziął ten pojedynek zbyt serio. Następnym razem zrobię z nim to, co Mel Gibson zjadł. Uff. Hahaha. Uff. Sag ich da nur. Oh Mann! Okay. Hallo. Das klingt doch gut. Was? Telefon! Wo? Ähm. Wo ist die Kirche? Da nicht. Ich hab mich verlaufen. Ah. Map. Ähm. Wo bin ich zum Teufel? Ah. Was passiert, wenn ich jetzt das hier... Ah. Okay. Oh, wie cool. Mhm. Mhm. Ey. Cool, das... Ey. 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 Huhuhu. Ihr Arschlöcher. Was? Amf! Amf! Hopp! Geht doch! Im Namen des Herren! Moment, bevor ich das mache. Zack, 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 zack. Noch ein bisschen Geld sammeln. Wer weiß, wann wir wieder unsere Kirche upgraden müssen und was es diesmal kostet. Ja, ist ja schon gut, Torpedo! Jak sytuacja? Sraak! Twój kościelny oszalał. Bez totemów jesteśmy w dupie. No bo co? Jestem chrześcijanistycznym kapłanem. Zwalczam moce piekielne, nie potrafię ich przywraczać. Takimi sprawami zajmuje się okultysta, nie egzorcysta. Jedyną osobą, która zna się na ezoteryce, jest nasz grabarz Mortimer. I? Mortimer jest wreszcie, więc kupił ode mnie szatanistyczny totem. I? No i go opętało. I? I teraz, żeby go od opętało, potrzebuję innego szatanistycznego totemu. Nie zaproponuję takiego typu z żabą mordą. Może on coś wie? Małomnie dług. Oj nie! Vampire, słuchaj mnie uważnie. Nie zadawaj się z tym szliskim. Robię co chce. Kiedy chce. Aboi! Irgendwas ist bei dem. French Connection. Ressourcenvoll. Ich weiß doch, dass wir ressourcenvoll sind. Holiness. Was? Warum gibt mir das Holiness? Sind das irgendwelche Ställe von den... Aha. Aha. Wom. 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 Aja, ich wollt ja wieder. Hey! In your face! Und du auch. Wo ist der dritte? Da. Na komm, steh auf. So, endförmiger Bauch. Baum sagtest du. Endförmiger Baum. Ich muss gleich mal schauen, wo der ist. Jep. Klingt doch reinleuchtend, oder? Du meinst das Ding hier. Nein! Lasst mich hier raus. Ich muss hier weg. Ich wollte die Dinger. Da oben. Bist. Ich will den Sprengstoff. Aha. 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 Ist das geil. Höchst ist das. Weiter. Weiter. So, das Ding meintest du. Dem kann ich nichts anhaben. Aber ich habe Headshots bekommen. Ich denke mal, dass da später noch was kommt. Okay. Hm. Ich glaub's auch. Aber hey. Apropos Grund und Boden. Äh, ich brauche noch. Oh. Tja. Falsche Seite. Hm. Absolut keine Absicht. Das Spiel ist so herrlich stussig. Und. Pam. Wunderbar. Grüß dich. Grüß dich. Punk. Punk. Au. Lass das. Kickst du die Augen aus. Ekel. Ekel. Ja. Da ist doch irgendwas im Busch. Literally. Kopfhörer Richtung. Natürlich nicht. nicht. Und ich wundere mich immer. mal. Warum die aus der falschen Richtung rufen. jetzt gibt das alles mehr Sinn. Gameplay. Play Prohibited. Alter. Scheiß Mucke aus hier. Ah ja. Ah, da ist Froggy. Oh. Boah. Also ich bitte dich Froggy. Sowas kann man doch nicht zulassen hier. Social Works. Level 2. Out of order. Och Mann. Nichts was Spaß macht darf man. No, cześć, fajnie, że wpadłeś, nazywam się Nastramadus. Chłopie, co ty tu masz skời? Cokolwiek da się połknąć, wciągnąć albo wstrzyknąć. Y balcony prove. 마음's sweetglasson. Thatahhhahaha. generally c broni poisoning. No, are you surprised? Ich möchte das nicht nach was nennen. Du hast doch was? Ich möchte das jetzt nicht mit. Du bist da ein St laugh an. Ich habe Helm, dass das nicht mehr steht. Oder Sie können diese Hälfte wegsamperten? Das ist eine Scheiße. Sie können es mit dieser Hölle herstisch nicht zurückführen. Du hast immer nur mit einem Stoff. Oztur. Hälfte ich das? Ich habe den Hälften und nur einen Kronen. Ich habe ihn vor meinem Herrn, Meine Waffe? Oh. Gruß der Fuchs. Das sieht nach einer guten Waffe aus, würde ich mal sagen.